Ja moin, wir spielen heute Fortnite und zwar so lange, bis dass wir gewinnen. Das klingt jetzt erstmal nicht schwierig, aber jedes Mal, wenn ich sterbe, wird man hart um einige Anzeigen erweitert. Und dazu kommt, dass ich in den letzten 5 Jahren exakt 2 Runden Fortnite gespielt habe. Heißt, ich versuche das Game schnell genug zu lernen, bevor mein kompletter Bildschirm vollgeschissen ist. Ich werde der erste Mensch, der einen epileptischen Anfall hat, ohne dass er Epilepsie hat. Also man merkt schon einen Unterschied zu damals, warum fliegt die ganze Welt weg? Was fällt denen ein, dass die Tomato Town wegmachen? Willkommen in der Wildnis, was will er denn? Ich hab nur Scheiß gemacht. Ja nice, da hat uns direkt einen 1,75 Kilo Gurkentopf gedroppt. Ich setz mich mal hier auf die Lebensanzeige, damit man auch sieht, dass ich schon fast ein Fallschaden verreckt wäre. Nein, du sollst nicht dein Medikit wegwerfen. Keine Sorge, wir kriegen das hin, das Game hat bestimmt Skill-Based Matchmaking. Wer schießt denn hier auf uns? Oh lol, die können die Bäume einfach zerstören. Komm her, du Sohn einer Mutter. Ja easy. Alright, wir merken uns erst die kleinen Schilde, trinken dann die großen. Ich meine, wir lernen hier auch für die zukünftigen Runden. Dieses Strohpuppen-Voodoo sieht doch aus, als würde das Schild... Okay, das lädt kein Schild auf. Wieso ist denn das blau? Die Inkompetenz... Ich hab das jetzt hier in die Tür geschmissen, dann sind wir so los. Lol, ich kann mich unsichtbar machen. Wieso soll ich denn jetzt eine Schlammschlacht machen? Ja, wir nehmen mal alles mit, ne? Ähm, okay, wir nehmen nicht alles mit. Weil du ein Lappen bist! Oh Mann, ich dachte, ich schaff's das, ohne dass ich irgendwas einblenden muss. Dann müsste ich das Ganze hier einfach nicht hochladen. Das wäre doch wunderbar. Ich versuche gerade wirklich so schnell, wie es geht, die ganzen neuen Items zu lernen. Und da hilft es auch mal, zu etwas Altbewährtem zu greifen, wie dem Dark Souls-Knüppel und 12 Estos. Guck mal, da hinten ist auch Anor Londo. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Fallschaden gibt. Ich würde das gerne testen, aber so, dass ich im besten Fall nicht sterbe. Ich meine, besser, wenn wir es jetzt rausfinden, als später im Combat. Diese Tarnhandschuhe wirken so, als sollten die eigentlich selten sein. Ich glaube, das Spiel will mir sagen, ich soll einfach campen und hoffen, dass ich gewinne. Oh, da war einer. Ja, Leute, so gut ist mein Aim jetzt auch wieder nicht. Ah, ah. Alright, der hat uns den Hobel gepuppt. What? Aber das ist machbar. Ich merke schon, wie ich dazulerne. Legit, ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube nicht. Oha, mit Solarfeld, ein sehr energiebewusstes Fortnite. Hier sind noch mehr Leute gelandet. Das ist mein Bauernhof. Ihr wisst ja nicht immer, was ein gescheiter Fintraktor ist. Oh, shit. Aber ich darf zwei gekämpft. Ich will absnacken. Wo ist der hin? Kann der zaubern? Ach, da ist er ja. Ich nehme es ja zurück. Dein Traktor ist auch geil. So, Deo statt duschen, wie es sich für einen guten Fortnite-Spieler gehört. Och, nee. Was soll denn die Frechheit jetzt? Das Spiel hat doch echt viele coole Skins. Warum benutzt ihr denn welche, die aussieht wie eine Oma mit Durchfall? Wichtig ist es auch, sich sein Ziel zu visualisieren. Deswegen brauchen wir einen Victory-Screen auf Dauerschleife. Nein. Nervt auch quasi überhaupt nicht. Diese Runde wird gesnipert. Ich muss einfach noch meinen Playstyle finden. Ja, hier, gönnt ihr mal einen geilen AC. Lecker, lecker. Was ich aber echt nice finde an dem Game ist, dass man nicht so ewig lang looten muss. Man bekommt ja aus allen Kisten eigentlich schon recht gute Sachen. Nicht so wie in anderen Games, wo man halt erstmal 20 Minuten lootet, dann stirbt und dann war alles scheiße. Oh no. Als ob ich da runtergestolpert bin und genau auf den Pilz drauf. Lul. Ah. Jetzt gibt es auch eine Schnauze. Ja, easy. Die Sniper gefällt mir, mit der gewinnen wir jetzt. Der Typ hatte nichts dabei außer Geld. Wollte der Fisch-Cosplay machen? Für euch ist es ja zusammengeschnitten. Aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich diese Victory-Screen ablenkt. Jetzt gibt es gleich ein paar aufs Maul. Und da ist der nächste Kill. So, drei Kills. Ich werde einfach Fortnite-Profi. Warum sieht der Nosekin eigentlich so aus, als würde der Alfred heißen und hobbymäßig seine Frau schlagen? Typischer Allmann. Top 25, kein Problem für so Pro-Gamer wie mich. Neben meinen 12-Estus habe ich jetzt auch zwei Schlüssel gefunden. Was kann ich mir denn davon kaufen? Soll ich die auf die Gegner werfen? Das Spiel sagt einem halt gar nichts. Wo bin ich eigentlich im Leben falsch abgebogen, dass mich Fortnite überfordert? Goofy. Was geht denn jetzt ab? Und ich kann nicht lesen, was da steht, weil Dark Souls im Weg ist. Und Schuss. Oma, ich bin daheim. Da kommt viel zu viel Loot raus. Ich muss jetzt die Hälfte liegen lassen für andere Leute. Jetzt werde ich gerade gesandwiched. Das gefällt mir gar nicht. So, Top 4. Komm, jetzt holen wir den. Komm, bitte, 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 bitte. So, erstmal machen wir dich noch weg. Katastrophe. Das ist jetzt belastend. Aber Top 4, meine Hoffnung steigt. Wer gibt denn hier eigentlich einen Zehner aus, um mit der Lobby-DJ Antoine aufzudrehen? So, der Tacho sagt, wir fahren in die fette City. Wieso sind hier Fische? Oh, shit. Wer baut denn mitten in sein Haus so einen fetten Schacht? Epic Games, das gibt eine Anzeige. Markiplier sieht auch nicht so begeistert aus von der aktuellen Situation. Was macht denn der da oben für eine Gesichtskirmes? Einmal wieder daheim am Bauernhof. Es ist Zeit zum Meistreschen. Warum schießt der so langsam? Warum treffe ich nix? Also die Trommelschrotflinten gefallen mir besser. Wir lernen immer weiter dazu. Oh, mit 20 AP hau ich den weg. Wie in Skyrim. Erstmal mitten im Kampf stehen bleiben, um sich 20 Bananen reinzuschempern. Da schießt einer auf uns, aber der weiß nicht, dass wir einen neuen Gurkentopf gefunden haben. Aber der hat's gerochen, der hat sich sofort verpisst. Mein Gurken legst du dich nicht an. Die sind bio. Oh, bitte kann ich Traktor fahren. Joy Farmers, das ist bestimmt der John Deere. So ein Klum. Ich hab keine Ahnung von Traktoren. Ich sag nur das, was ich von anderen Bauern gehört hab. Wieso hat denn Fortnite so einen großen Fokus auf Landwirtschaft? Scheiße da. Scheiße. Das Fortnite-Knedl mit Händlmeier-Simpf-Update. Definitiv. Definitiv nein. Was geht denn da ab? Wir sind bei knackigen 9000 Umdrehungen. Das gibt's also auf die Schnauze. Leute, ich seh euch nicht. Mein halber Bildschirm ist voll geschissen. Aber war knapp. Market Player seh ich genauso. Die Lobbys sind ein großer TikTok-Feed. Oh, Corner Hit? Oh, knapp. Hier ist einer. Komm her. Let's go. Too easy, dude. Welcome to Five Nights at my Tacho zerreißt's. Corner Hit? Ne, kein Corner Hit. Es wird mittlerweile wirklich etwas ablenkend. Hier kann man die Schlüssel benutzen. Ja, nice. Das ist jetzt natürlich auf einer Skala von 1 bis 10 absolut cremig. Oh ja, moin. Wer bist du denn? Kann es sein, dass das Game niemand mit Kopfhörern spielt, weil ich höre immer alle, aber niemand hört mich? So. Controller aufsetzen. Yo, was ist das denn? Jetzt pack mal den ganz dicken Oschi aus. Ja, soviel dazu. Der große Lümbel hat uns nicht beschützt. Ich habe einen Trick gefunden. Wenn ich den Inventar öffne, kann ich immer noch sehen, auf welchem Slot was ist. Okay, Moment. Wir haben Tränke. Das heißt, wir müssten uns hier heilen können. Okay, 1 ist Waffe, 2 ist Schild, 3 ist Heilung. Bekommen wir hin. Das Game wäre ja auch zu easy, wenn man es in Mausrad benutzen dürfte. Ja, ii, wir haben den Anglerfisch. Wusstet ihr, dass Anglerfische in echt einen Meter groß sind? Die sind richtig creepy. Ich dachte, die wären so groß wie der Hand. Nein, das sind so richtig fette Brocken. Was spart der Fett? Sag mich denn so an. Der Zett hat es auch verstanden. Der hat nichts gelevelt, außer Schaden und Geschwindigkeit. Immer schön mit Speedy-Kauluke eintreten. Ist auch mein Motto. Was habe ich da getötet? Irgend so eine Anime-Quest erfüllt. Leute, ist es hier schon schwierig genug? Gebt doch keine Anime-Quests. Warum gibt es hier in den kleinen Flüssen überhaupt Anglerfische? Das weiß ja sogar ich, dass das biologisch ein kompletter Griff ins Klo ist. Und ich habe Bio abgewählt. Da habe ich ja überhaupt nichts getroffen. Wie immer. Er mag Pleier. Ich weiß auch nicht genau, was das wird. Achievement freigeschalten. Meine Zuversicht, dass wir hier den Win holen, geht langsam echt runter. Das ist für den Combat nicht so gut, dass ich immer erst meine Waffen suchen muss. Ja, moin. Wie langsam ist denn die Shotgun? Zum Glück schießen die meisten Gegner, als wäre das das E-Sport-Team vom Altenheim. Jedes Mal, wenn ich zum Marketplayer hochgucke, guckt der Dümmer. Das ist halt echt nicht normal. Das ist ein 20-Minuten-Loop. Der kann doch nicht 20 Minuten lang am Stück so gucken, als hätte ihm jemand vor die Haustür geschissen. Warum? Ich vergesse die ganze Zeit zu skillen vor lauter Anzeigen. Da gehen die echten Fortnite-Anzeigen halt komplett unter. So, wo war der Hobelpuper? Da hinten. Bei der Hälfte der Gegner denke ich, das sind Bots, weil die überhaupt nicht reagieren, wenn man auf die schießt. Oder das Skill-Based Matchmaking hat meinen Silberrang in ungefähr jedem Rank-Game erkannt. Aber ich war mal Gold in Rainbow. Ich wurde zwar da eingestufen, bin instant wieder rausgedroppt, aber ich war mal Gold in Rainbow. Was ist denn das? So, und statt der 5 kann man noch den großen Trank nehmen. Es ist halt wirklich schwierig, sein Inventar nicht sehen zu können. Oder vorne ist gerade einer gestorben, wir können absnacken. Und da kämpfen immer noch zwei, noch besser. Sie haben sich geirrt. Ich muss sie enttäuschen. Wait, wieso gehören die zusammen? Wieso gehören die zusammen? Kann man die NPCs anheuern? Ich hab mich noch nicht getraut, zu denen hinzugehen, weil ich dachte, die treten mir einfach ins Gesicht. Das probieren wir die Runde mal aus. Unsere Lernkurve ist immerhin knusprig, so wie Pudding vom Vortag. Ich nehm das mit der Lernkurve zurück. Wie kann man so dumm sein? Boah, ich dachte, das wäre ein Gegnerscheiße. Wir checken mal unser Equipment, wir haben noch volles Leben, das Schild ist ausgerüstet, wir fahren echt schnell, deswegen führen wir auch in Rocket League und haben gerade unser ganzes Inventar in Minecraft verloren. Alles, was man so für Fortnite braucht. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin Optimus Prime. Ja, wie, ich bin Optimus Prime. Ey, man kann in dem Game wirklich alles finden. Ich dachte, das wäre hier Indiana Jones-Theme, aber doch nicht Optimus Prime. Transformiert euch und kämpft, soll ich jetzt sofort Fokus werden? Schon mal einen in die Hosen geschifft und einen reingesetzt? Keine Ahnung, was es gebracht hat, aber danke für die motivierenden Worte, Optimus Prime. Mit der Kraft eines Zwingos werde ich den Gegnern in den Kofferraum scheißen. Du wirst stolz auf mich sein, Optimus. Kollege, ich hab einen Vorschlag, wie wär's, wenn du gratis für mich arbeitest? Meine Geheimnisse gehen dich nichts an, ja, dankeschön. Merci für gar nix. Oder ist einer, spüre die geballte Kraft meines V8-Motors. Oh, ich glaub, das macht keinen Schaden. Ich glaub, das ist nur zum Zerstören. Scheiße. Wir verlieren nicht, solange wir dazulernen. Ach, Armin, kein Reinorgel. Ist das MrBeast? In diesem Video hab ich 100 Menschen auf diese Insel gebracht und jetzt geben sich alle auf die Fresse. Ja, so redet MrBeast bei mir. Fresse. Wie die Leute mich immer alle anschießen und dann abhauen, weil sie überhaupt nix treffen. Hat sich da einer eingemischt, das war mein Kill. Er macht Nervo-Moves. Boy? Was? Wie? Wo? Ah, das wäre anders. Ich seh halt gar nichts mehr mittlerweile. Das könnten wir jetzt schon fordern. Dann fang ich, glaub ich, mit einem Win holen. Ich kenn mich mittlerweile halbwegs aus in dem Game, aber so geht halt nichts. Zum Glück war mitten im Bild noch Platz. Der rechte Coin da oben ist ganz leicht tiefer als der linke. Und jetzt, wo ich's gesagt hab, wird euch das die ganze Zeit auffallen. Edgy Batch. Alright, vielleicht sollte ich mich mehr aufs Game konzentrieren. Auch wenn ich weiß, dass diese Sachen in dem Game nichts bedeuten, wenn hier die ganze Zeit irgendwelche Ladebalken hochgehen und Countdowns runterzählen, denke ich die ganze Zeit, dass irgendwas in dem Game passiert. Wait, ist da gerade einer gestorben? Wait, da ist gerade einer an Fall, der mit verreckt. Gut zu wissen, dass ich nicht der einzige Vollidiot hier bin. Alles super. Wait, woran bist du jetzt gestorben? Hier ist noch irgendjemand. Alarm! Nicht nachladen! Ach, Mensch, guck mal, den hier kann man rekrutieren. Hier ist die ganze Zeit dramatische Musik und mein Boy schießt auch auf irgendwas. Irgendwas passiert hier und das steht auch safe irgendwo auf meinem Screen, aber ich kann's halt nicht sehen. Ah, der Typ hier geht ab. Ich versuche hier zu gewinnen. Wäre gut, wenn mich nicht die NPCs umbringen. Was kannst du eigentlich? Ich gebe uns noch so drei, vier Runden, wenn wir's bis dahin nicht geschafft haben, dann kann das nix mehr werden. Wir haben gerade die Minimap verloren. Wir freuen uns. Was ist denn mit Marketplayer los? Der ist geschrumpft. Es geht halt auch langsam echt auf die Framerate. Wo ist der? Mann! Einfach auf Mobile Gamer hoffen und das wird schon. Unser Fortschritt ging halt mal so und dann komplette Abfahrt. Ich hab auch gemerkt, dass es viel sinnvoller ist, anstatt die Häuser zu looten, die einfach komplett einzureißen. Komm her, du Lümmel. Bei euch alles easy, Kollegen? Na klar, du weißt wahrscheinlich. Ich kann halt meine Skill-Bäume auch nicht mehr lesen. Top 10, wenn's die Runde nicht wird, gibt's ein Kriegsverbrechen in Tilted Towers. Shit, ich hab den High Ground aufgegeben, weil ich dachte, die Zone geht weiter. Komm, Harald, gib mir deine Kraft. Ja, mit Tilted. Oh, nee! Ich kotze im Strahl. Oh, nee, ich kotze im Strahl.